Stellt euch mal vor, was es hieße, wenn daraus ein Unternehmen wird. Das Ende von Disneys 100-jähriger Geschichte. Dass es wirklich so kommt, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber allein das darüber gesprochen... Bruder, einfach Attacke von Chico. Ja, Meister, was machst du denn hier? Alles gut bei dir? Meister, willst du natürlich? Bruder, da jumpt er auf einmal auf den Tisch. Was geht, Kollege?